So, wieder zurück hier bei einer weiteren Folge The Crew Beta. Ja, wir sind hier gute 9 Kilometer vor Venice Beach, also gerade bei der Einfahrt von Los Angeles. Und ja, wir sind ja letzte Folge gestartet, da hatten wir noch gut 80 Kilometer auf dem Tacho. Und jetzt hier um 6 Uhr morgens kommen wir also an in L.A. Das Wetter scheint ein wenig bewölkt zu sein, aber es ist ja auch erst 6 Uhr morgens. Genau, jetzt City of Angels. Ja, und da ist auch schon wieder der nächste Ladebuck. Aber es geht zum Glück weiter. In Newport Beach. Wir fahren jetzt sozusagen durch die Stadtteile hier von L.A. Ja, und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Das Spiel ist ja doch eigentlich relativ lebhaft gemacht. Und was mir gerade auffällt. In L.A. Bricht die... Alter! Da zieht ja der Eiskalt rüber. In L.A. bricht die Framerate dann doch ein wenig ein. Ja, ein wenig ist gut. Ein wenig viel, würde ich mal behaupten. Wir sind hier trotzdem... Äh... ...bald am Ziel. Oh, ich muss hier abbiegen. Und ich muss mal eben gucken, dann seht ihr auch direkt die Einstellungen, warum die Framerate hier so schlecht gerade ist. So, man geht einmal in die Optionen rein. Video Settings. Dann sieht man hier, ich habe nicht alles auf Maximal. Ja, was kann ich hier wohl noch ändern? Ich weiß es nicht genau. Ich könnte natürlich die Texturen... ...runterschrauben. Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Ich mache es einfach mal. Ändert irgendwie gar nichts. Tja. Mal sehen... ...wie es mit der Framerate aussieht. Ich hoffe mal, das geht trotzdem noch. So, wir sind hier... ...trotzdem weiter fleißig unterwegs. Es läuft jetzt etwas besser. Aber ja, mein Gott, das sind alles hier Performance-Probleme. Ich denke mal, die werden... ...sowieso noch ein bisschen angepasst, wenn das Spiel dann wirklich draußen ist. Und wir sind jetzt hier mittlerweile mitten in L.A. angekommen. Die Straßen sind noch relativ leer. Ja, und auf der linken Seite müsste dann bald Venice Beach auftauchen. Und... ...boah, das ist schon heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war in New York komischerweise nicht. Kann aber auch daran liegen, dass ich in New York noch nicht aufgenommen habe. Das geht ordentlich auf die CPU. Jetzt wird die Framerate wieder ein bisschen höher. Aber wenn man so wirklich im Stadtkern ist, dann ist das schon... ...nicht ohne. Aber ist ja auch klar, irgendwie muss es ja... ...alles simuliert werden. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Autos hier einfach fahren. Von Stadt zu Stadt. Am Himmel noch ein paar Flugzeuge und so weiter und so fort. Die ganzen bewegten Dinger hier. Alter. Nein, nein, ich bin kein aggressiver oder gefährlicher Fahrer. Ja, natürlich auch hier... ...Polizei-Verfolgungsjagden. Natürlich auch an der Tagesordnung. Zur Story sage ich mal nix. Das wird man dann im eigentlichen Let's Play... Oi, oi, oi. Das war gerade nochmal über die Kreuzung gekommen. So. Wir sind jetzt in South LA. Soweit dürfte es nicht mehr sein, wenn man rechts unten guckt. Noch gut drei Kilometer. Also, so gut wie am Ziel angekommen. So. Auf Musik verzichte ich hier übrigens ganz bewusst, weil ich mir echt nicht sicher bin... ...ob die Musik hier GEMA geschützt ist. Weil das teilweise schon ganz gute Lieder sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass die einfach... ...für das Spiel die Rechte bekommen haben. Ja, und da hätten wir fast eine überfahren. Geht natürlich nicht in dem Spiel. Aber trotzdem schön, dass die Figuren sind. Und so wie es aussieht, geht es hier wohl links zum Flughafen. Ja, und hier sieht man einen der bekannten Donutläden. Alles ganz nett gemacht. Viel kleine Details. Also, da muss man schon sagen, da kommen so Spiele wie Midnight Club, Los Angeles oder... ...Test Drive Unlimited überhaupt nicht mit. Das ist hier nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, und wir schlängeln uns hier durch die Straßen. Ja, ja, ich fahre euch schon nicht kaputt. So, hier vorbei. Ich bin jetzt mal bewusst nicht auf hohem Renntempo hier unterwegs mit... ...200 durch die Innenstadt. Man will ja auch vielleicht so ein kleines bisschen was noch sehen. ...Cell Beach Souvenir. Ja, man merkt am Anzug schon... ...nah, ein paar Hügel. Alter, das sind aber ganz schön große Hügel. So, hier geht's jetzt rein. Wenn man schon mal in L.A. war oder es so ein bisschen aus Film und Fernsehen kennt... ...dann weiß man, dass hier die ganzen Apartments sind, die ganzen Strandhäuser... ...direkt am Strand. Sonst wären es ja auch keine Strandhäuser. Logisch. Was ich übrigens auch schön finde, ein kleines Detail... ...alle Straßenfahrzeuge, die hier so unterwegs sind... ...ja, da hat man gerade auch was gehört. Krankenwagen fahren auch durch die Gegend teilweise oder eine Feuerwehr. Alle Fahrzeuge, die man immer sieht im Straßenverkehr, sind auch alle lizenziert... ...und auch relativ an die USA angepasst. Typische Ford-Fahrzeuge, Dodge und sowas alles. So, und ich muss jetzt mal einmal hier drehen. Auch natürlich für die USA typisch der Schulbus. So, und an der roten Ampel möchte ich jetzt dann doch nicht stehen bleiben. Venice Beach, wir fahren hier mal rein. Okay, zugegeben... ...ääh... ...ist jetzt nicht so viel los wie in echt. Aber trotzdem, wenn man mal guckt, hier rechts... ...zum Beispiel die ganzen Läden. Ich geh mal dafür extra jetzt in die Außenansicht. Da lässt der Typ auch gleich sein Handy fallen. Sieht schon ganz schön aus. Da hinten sehen wir noch ein Kreuzfahrtschiff, was hier abfährt. Ein paar Parkbänke. Das ist alles schon ganz nett gemacht. Hier zum Beispiel Volleyballfelder. Das typische Riesenrad, was eigentlich jeder kennt. So, und ich guck mal. Irgendwo kommt man doch hier bestimmt hoch. Dann können wir da auch mal hochfahren. Und natürlich werden wir auch... Okay, da geht's nicht hoch. Ich guck mal, dann fahren wir mal querfeldein. Ja, und umso mehr man sich hier wieder der Stadtmädchen nähert. Na, super. Man merkt, dass wir hier kein Rallye-Auto haben. Der kommt ja kaum vorwärts. Und wir sind hier nur bei... ...21 FPS. Das ist natürlich gerade schon... ...sehr bitter. So, fahren wir mal hier rauf. Sieht ganz nett aus. Ist aber sehr, sehr leer. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ist schön, dass es überhaupt schon mal hier vorhanden ist. Der Nordpazifik-Uzean. Ja, okay. Da kommen wir da nicht lang. Aber was wäre ein Besuch in L.A. Ohne... ...den Strand gesehen zu haben. Und ich guck mal eben... Na... ...das Hollywood-Shield sieht man von hier aus nicht. Schade. Wäre bestimmt auch lustig gewesen. Nun gut, dann werde ich mal... ...schleunigst hier... ...wieder wegfahren vom Pier. Und dann schauen wir uns auch eben den Strand an. Und ich würde mal sagen... ...dann machen wir auch mal direkt... ...das erste Rennen hier nach. Weil immer nur hier rumcruisen... ...macht ja dann vielleicht auch nicht nur Spaß. Und vor allem nicht, wenn man so schlecht fährt... ...wie ich hier gerade. So, wir fahren einfach mal hier auf den Strand rauf. Ja, tut mir leid. Ich wollte auch mal mitspielen. Ist wirklich ganz nett gemacht. Die Leute laufen hier rum. Sonnen sich am Strand. Da hinten sieht man ein paar Boote fahren. Ja, man muss natürlich aufpassen... ...man darf nicht zu weit ins Wasser. Sonst, man kennt es aus anderen Spielen... ...ähm... ...ja... ...versinkt das Auto sozusagen... ...und man kommt wieder zurück an Land. Trotzdem kann ich aber zeigen... ...auch Wasseranimationen und so... ...sehen schon ganz schick aus. Ja, und da ist es auch schon passiert. Wir waren zu weit im Wasser. Ja, ja. Ist ja okay. Ich spring mal auf die Map, dann sieht man das. Wir haben uns hier gerade halb neun morgens... ...und... ...ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück nach New York... ...und gucken mal... ...ob wir hier vielleicht das erste Rennen finden. Aber hier sind wohl auch noch keine freigeschaltet. Da muss ich wohl... ...noch mal zurück in den... ...Midwest... ...in den mittleren Westen. Was haben wir hier? Haben wir das nicht schon gemacht? Ich hab keine Ahnung. Egal. Ich guck mal... ...was wir hier noch so haben. Da war gerade meine Stimme weg. So, wir haben hier... Ah, okay. Das haben wir also geschafft. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal das hier. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ähm... Ja, wir machen direkt die Mission... ...und zwar solo. Da ich ja immer noch keine Kur... ...und ich bin ein paar urbane Skrambler in der Stadt. Das Problem ist... ...die Leute haben zu viel gewinnen. Du weißt, was ich sage? Geh, die Ehre in unserer Liebe. Du hast den richtigen Mann. Ja, und wir müssen uns sozusagen... ...in diese Bande von Straßen... ...äh... ...Fahrern einschleusen, sozusagen. Uns nach oben arbeiten. Und wie es aussieht... ...dürfen wir jetzt im Nissan Skyline mitfahren. Oh, nicht schlecht. Bin ich selber auch noch nicht mitgefahren. So, und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet im Rennen. Ich glaube, das kennt man auch so ein bisschen aus dem Trailer. Da wurde es, glaube ich, auch mal gezeigt. Und ich schalte aber mal wieder... ...hier in die Sicht. Und ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier... ...von der Straße weg... ...und dann auch noch in einem anderen Auto. Und hier ein fetter Dodge-Ram. Ein geiler Pick-up auf jeden Fall. Und man sieht, hier ist schon ein bisschen Action drin. Überall bewegliche Teile. Das macht auf jeden Fall schon Bock. Und wir haben natürlich auch... ...Nitro zur Verfügung. Uiuiui. Ja, da bin ich froh, dass unser Auto hier Allradantrieb hat. So, dann nehmen wir mal hier die kleine Abkürzung. Ein bisschen härter hier an die Sache ran. Oh, 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 oh. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja, ja, beruhig dich doch mal wieder, Auto. Also, ganz ehrlich, vom Allradantrieb merke ich hier nicht so viel. Dafür rutscht der dann doch schon sehr. Trotzdem macht es hier auf jeden Fall Bock zu fahren. Was denn? Okay, ja, wir haben es nicht geschafft. Nun gut, ich würde sagen, wir starten das nochmal. Das war jetzt ein relativ kurzes Rennen. Dann wird die Folge ein kleines bisschen länger vielleicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Gerade hier zu so einem Special. So einer Beta. Die übrigens immer noch bis Freitag spielbar ist. Ich überspringe mal. Ich kenne mich ja jetzt mit dem Auto ein bisschen besser aus. Weißt du, wie ich es sich fahren lasse, dann ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man sich hier wirklich aufs Fahren konzentriert. Wenn man da natürlich noch moderieren muss. Aber das wird schon irgendwie gehen. Und er kommt schon ab und zu mal mit seinem Heck. Was ich jetzt bei einem Allradwagen eigentlich nicht erwarten würde, ganz ehrlich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der getunt ist. Das ist ja hier auch sehr, sehr erweitert. Und man sieht hier, der geht hier auf jeden Fall ab. Ja, fast schon zu sehr. Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass ein Nissan Skyline das richtige Auto für ein Rallye-Event ist. Aber, ja, nun gut. Was soll ich dazu sagen? So, die Kurve jetzt diesmal ein bisschen enger hier nehmen. Und nochmal ein bisschen Nitro reinhauen. Und jetzt müssten wir es gleich geschafft haben. So viele Kurven kommen hier nicht mehr. Genau, jetzt haben wir es gleich. Nochmal ordentlich Nitro geben und dann mit 170 Sachen hier ins Ziel. Mit dem Nissan Skyline. Der jetzt nicht mehr so schön aussieht nach den paar Macken hier. Ja, und so sieht das also aus. Man bekommt auch ab und zu Teile für sein Fahrzeug. Die man dann zum Beispiel hier direkt, wie in diesem Fall, an den Ford Mustang anbringen kann. Zack, fertig. Und man bekommt natürlich hier Punkte fürs Level. Credits und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier 904 Bucks. Das ist die Währung. 904 ist jetzt nicht viel. Also ich sag mal so, eine Lackierung kostet teilweise 9000 Bucks. Ist jetzt nicht so schön. Dafür sind die Autos angemessen mit. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Der Mustang hat 24.000 Bucks oder so gekostet. Ja, natürlich hier Experience. Level aufsteigen. Wir sind jetzt Level 4 mittlerweile. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ja, Returning to Free Drive. Ich würde auch sagen, das war es schon wieder für diese Folge. Ja, da sind wir wieder zurück mit unserem Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe. Zurück hier in unserem Ford Mustang. Und das war es dann für diese Folge. Mit Blick auf eine Steinmauer. Verlasse ich euch jetzt. Ciao und bis zur nächsten Folge von der Beta von The Crew.